Einfach mal auf und... Kameros. Naja, gut. Komm mal runter da. Komm da runter. Schnauze. Ja, das ist keine schlechte Idee, Kassandra. Wieso? Ach, jetzt muss ich mich erst... wieder... Ja. Jetzt bin ich... anonym. Anonym. Ja, das ist blöd. Ja, der hat kurz was gesagt und deswegen bin ich nicht mehr anonym. Ja, gut. Wenn es so ist... Wenn es so ist... Stell dir nicht so an, du, ganz schnell. Und das war's. Eine Dame hat die angeführt. Sag ich ja. Warum nicht? Halleluja. Ist doch was Feines. Auf jeden Fall. So, ich nehme mal an, dass die... Hm. So. Herzzerreißend. Ich würde sagen... Als nächstes werde ich in Angriff nehmen... Äh... Dieses? Und dann Yenis. Ja, würde ich sagen... Ich gucke erst mal... was das ist. Bloß nicht sehen lassen. Bloß nicht sehen lassen. Nein. Es fällt mir wieder raus, Es fällt mir ein. und... Lest du думаюst. Wie geht es? Ja. Wie geht es? Okay. 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 Hello. Hey. Wer war das? 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 Wer war das?